Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Mario & Luigi Superstar Saga. Ja, wir haben oder sind immer noch bei diesem Rätsel und ich war auch so blöd. Ja, es war einfacher als ich mir hätte denken können und zwar so. Wir mussten, müssen die beiden wirklich trennen. So, Luigi platzieren wir hier mit dem Hammer. Mario hat auch den Hammer und zielen nicht vergessen. Und zack, das war's schon. Hahaha. Und ich hab's mir mal wieder so kompliziert gemacht. Naja. Oh, anscheinend gibt's wieder die Zeitbombe. Wie schön. Das ermutigt mich jetzt sowas von. Hahaha. Naja. Ähm. Ah, versuchst du's wieder mit deinen Doppelgängern. Das kannst du irgendwie schön vergessen. Donnerbrüder, das wird dir ein Halt gebieten. Ah, das war die untere. Ähm. Sieben. So. Ähm. Platschbrüder. Eins, zwei, und drei. Na, versuchst du wieder das. Das wird dir aber nicht viel bringen. Ähm. Übrigens, Leute, bezüglich zu, ähm, Second Sides. Ähm. Ein paar von euch fragen sich wahrscheinlich schon, wo denn das bleibt. Meine Grafikkarte ist doch schon längst nahe angekommen. Also, ähm, wo bleiben die Parts? Ähm. Das wird ganz einfach. Ich, ähm, hab das, glaub ich, schon mal erwähnt. Und zwar lag, liegt das an den, ähm, Blue Screens, sehe ich ab und zu bei meinem PC habe. Ja. Das ist, keine Ahnung, wieso. Also, auf alle Fälle habe ich jetzt mal was ausprobiert. Ich hoffe, es ist richtig. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, letztes Mal war ich mir auch so sicher. Ich hab's gefunden. Ja, das sei die Lösung. Und dann war's doch nicht so. Deswegen sag ich, ähm, extra eventuell hab ich die Lösung gefunden. Und falls das der Fall sein wird, ich werd's für die nächsten paar Tage ausprobieren. Und falls es funktionieren wird, werden weitere Parts von, ähm, Second Psycho kommen. Und das war ja verdammt einfach. So. Luigi Level 36. Yeah. Wieso gibt's eigentlich nur ein BP Plus? Ist ja viel zu wenig. So, soweit zu dir. Gut. Ach, ich seh schon, was wir machen müssen. So. Wechseln rein. So. So. Und wechseln die Hand. Und Elektro. Was bringt uns das? Ach so, und ich seh dort unten gerade... ...ne Bohne. Ähm. So. Na, was soll's, Gegner. Oh, diesmal sind's nur Geister, oder wie? Ähm, Mist. Ich hätt' den Hammer nehmen sollen. Ja. Ich hätt' den... ...Hammer nehmen sollen. Ah. Geister. Ah, jetzt... Jetzt haben sie mir unverhofft, ähm, gezeigt, ähm, wie sie Weden dran nehmen. Ha, ha, ha. Ähm. Okay, ich hätte das vielleicht nicht tun sollen. Egal. Ja, es trifft niemanden. Schön. Hä, hä, hä. Ähm, der sollte sowieso... Ach. Na, was soll's. So. Nur, um sicher zu gehen. Oh, Mist. Jetzt hab' ich verwechselt. Gut sagt. Wieso geht der immer auf den guten Mario? Na ja, den guten Luigi solltet ihr aber auch besser nicht nehmen. Greift euch gegenseitig an, wenn ihr mir wirklich einen Gefallen tun wollt. Ich dachte schon, er wollte abhauen. Hätte ich ihm zugetraut. So. Eins. Zwei. Und drei. Noch einen Angriff. Ja, machen wir grad den Sprung, kriegen wir noch ein paar HP. Okay. Okay, nicht viel, aber... Was soll man machen? Ha, Treffer. Und Sprung. So. Tada. So. Ähm. Ich werde dann noch vor dem Endboss, ähm, welch ich... Ab... Äh, also sozusagen, ähm, einen Break machen. Och, ne, drei. Oder? Scheiße, drei. Sehr schön. Ja. Das kann bestimmt lustig werden. Nein, Mario, bitte nicht. Boah. Nein. Jetzt war ich mir doch so sicher. Mario. Genau, ähm, genau deswegen. Ich hab nur noch zwei One-Ups. Gegen den Endboss des ganzen Spiels. Nee, oder? Nicht wirklich. Deswegen werde ich, ähm... Notfalls den ganzen Weg zurückgehen, um... die nötigen Items zu... Ach, die hallen sich da und gegenseitig, das regt auf. Ach, Mann. So, jetzt reicht's mir aber... Ja, genau. Ich greif alle drei gleichzeitig an. Dann haben sie alle Schaden. Sterbt. Hä, wie wollt ihr euch jetzt eintragen? Und ihr habt eine schlechtere Verteidigung, merke ich gerade. Eins, zwei... Und drei. Ja, 124. Sehr gut. Wow. Wow. Oh, das war jetzt knapp 50 Schaden. Nein. Du. Bitch. Oh, wie unfair. One-Up-Pilz schnell. Und dann noch eine Nuss. So, ähm... Ultranuss. Nüsse brauche ich auch ganz, ganz dringend. So. Jetzt geht's in beiden. Supi. Wow. Und wow. So. Sehr gut. Ach, nee, oder? Äh, äh. Wir werden hier zum Hampelmann dekadiert. Das ist ja unglaublich. Ehrlich. Ja, bitteschön. Ist das normal, dass die Angriffe jetzt irgendwie stärker sind? Wie kommt's hier so viel stärker vor? Irgendwie. Bei mir hat sich nun ein Level ab mit Luigi. Naja, soll's mir recht sein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Los, spring! Boah, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Luigi ist der Kracher. Luigi ist der Kracher. Haha, haha, naja, okay, schlechter Witz. Äh, was ist denn das hier? Ach, schön. Es kommt mir so, irgendwie so vertraut vor. Hä, und jetzt? Ach so, logisch. Für Mario. Mario. Ähm, 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 ähm. Los, Mario. Hey, ich komme, mein Bruder. Wupp. Nium, nium. Nein. Ach, ich bin immer auf die falschen Kasten. So. Bloß nicht runterfallen. Das wär's noch. Ach so. Luigi kommt. Eile, Luigi, Eile. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Und jetzt? Ach. Nium, nium, nium. Und boom. So macht man das. Ähm. Yep. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber habe ich jetzt nicht in Äpfel alle Gegner besiegt oder fehlen da noch welche? Okay, wir werden's jetzt sehen. Larrys Zimmer. Ah, anscheinend nicht. Da fehlt noch der gute Larry. Und wir haben 1000 Münzen. Geil. Finde ich gut. Okay, okay. Ähm. Nee, auf dem Plattform geht das hier gar nicht. Ach so, doch. Ach so. Wah. Nein. Hä? Ach so, im Weg stehen. Ha, spielen wir hier ein bisschen Pong? Wir spielen hier Pong. Ach, wie schön. Nein. 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 Und wieso hat die Musik aufgehört? Ist das normal so? Soll wohl alles an Pong her... Aber das war unfair. Der ist zuerst nach rechts gegangen. Nein. Haha. Na, was willst du jetzt tun, Larry? Na, jetzt haust du ab. Kein Erfolg. Pass die Musik hin. Ist deprimierend. Nur Musik. Dann machen wir alberne Geräusche. Nein. Nimm das! Natürlich wieder der Timer. Mein guter Freund. Äh, nicht. So, ähm. Keine Ahnung, was für Fähigkeiten der drauf hat. Ich hau einfach mal drauf. Ein, zwei und drei. Ja, wir sind eindeutig viel zu schwach. Wir müssen um einiges stärker werden. Für den Endfight. Ich schätze mal, mindestens Level 40. Ich werde versuchen, Mario und Luigi auf mindestens 40 zu trainieren. Schätze ich mal. Ja, mir so egal. Hacke, Brüder. Ein, zwei und drauf pölzen. Jetzt spielen wir auch so Pong, oder wie? Du magst Tennis, was? Der Typ ist mir ja irgendwie sympathisch. Wieso wohl? Aber die Bombe nicht. Kopf zu ticken, das macht mich nervös. Bam. Nein. Nein. Komm, triff. Toll, jetzt sind beide verwirrt. Ah, ich dachte schon. Okay, sie kriegen nur Schaden. Okay, was heißt hier nur? Das ist auch nervenfütend, aber immerhin sind sie nicht verwirrt. Das würde mich so nicht mehr aufregen. So. So, volle Power auf ihn drauf. Zack. Nein. Och, Luigi, komm schon. Warst du nicht gut im Tennis? Na, 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 na. Auch nachhol, 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 nachhol. Sag ich nur so. Ganz früher. Eins, zwei. Und drei. Ach, Mist. Geht man auch nicht down? Bist du treffig nie? Ja. Ich habe mich schon überrascht, wieso ich nicht so gut zielen kann. Komm, jetzt musst du aber langsam mal down gehen. Komm, jetzt aber. Eins, zwei, drei. Mist. Ah, wieder mal. Ach, Mist. Jetzt spielt der Tennis mit Luigi. Nee, doch nicht. So, immerhin hat er zusätzlich noch zu schaffen gekriegt. Hab's früher. Bam. Mist. Oh, die Uhr tickt unerbittlich weiter. Werden es Mario und Luigi schaffen, Larry rechtzeitig zu besiegen. Und yes, sie schaffen es. Tschüss, du blöde Uhr. Oh, und Marios Level 36. Cool. So. BP, die brauchen wir im Kampf bestimmt brauchen. 0,2. Mist. So, das sollten doch alle gewesen sein. Na. Na, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber worüber ich mich ganz bestimmt nicht freuen werde, ist den ganzen Weg zurücklaufen zu müssen. Ja. Ach, Mist. Naja. Was soll's. Wir sollten aber langsam an einem Ziel angekommen sein, nicht? Ähm. Items und ein Speicherbuch. Hm. Was das wohl bedeutet? Lava Kanal. Hm. Das klingt doch interessant. So, gut Leute, das war's, man. Mario und Luigi Superstar-Saga. Ich bin's mal wieder, euer MrSask63. Ciao, Leute.